UNTERTITELUNG Wo sind die Mädchen? Jetzt hat er mich wieder zu Nelly gemacht. Ich bin manchmal richtig eifersüchtig auf mich. Ich spiele das nicht mit Nelly. Es reicht. Es reicht. Ich muss mal raus. Nein, nein, nein. Sie sind hier gewesen an dem Tag, als Nelly verhaftet wurde. Wer sagt das? Nächste Woche lassen wir Nelly zurückkommen.